oh so what do you think pretty legit right on the move whenever you want it dreams will be born in this lab my friend balls will be tripped and all thanks to you me and the sweetest acid money can buy i'm head chef finally eh let that part do i always be here head down making the miracles happen yeah i can't make acid out of thin air though i try for my college thesis i'll keep the supplies here in this corner but we're gonna need to restock on the reg if you want me turn out matches 24 7 got plenty of friends i can hit up if you need an idea of where to source the stuff just hit me up yeah once the product is just right we take it over here and we get it all sealed up for shipping that's where you that's where you go i'm working on some buyers we do the hard work we get the hard cash but just between us sending people on this trip i'd do it for free it's a vocation man the revolution starts here and hey if you ever waste quality time with the product just jump in there put your hands dirty and get some spit and love it's all a catalyst man that's all the first time if you forget to wash your hands you might you know what i mean it really should bring money really good money angeblich look between us before i worked with labrad i did a stint with half the gangs in town the lost you're out just and then you're out just to keep up i had to run off on them and now they hate me but i do know about this one we're out where they keep a bunch of chemicals which means our interests are aligned comprende compadre Ja. Und da ist der Durchrechnung von uns. 80k pro Mission. Für die S4. Bloß noch mal 230. Jetzt habe ich die 400.000. Ja. Ja, du musst ja für jede Mission, die zum ersten mal anschließt, 80k. Also für fünf Stück. Bloß für die sechste 230. Zirka. Und wir haben einen Haufen Menschen. Mit Haufen Blüten, damit wir auch. Kann ich aber auch. Ja. Wenn wir einen Haufen Blüten, der Asiaten erschießen kannst. Ich muss da rein. Jage einzu. Also die Therapien stehen gemacht. Dieser benutzt, doch etwas Geld! Ich hab noch mehr Haufen Blüten, Asiaten gerade wieder gemacht. Du toneckst auch, verfolgt. Und der Grab ist bre empire- Was? H tests den sie aus? Entschhealth! Wir haben Folgen immer mehr überhandene Anzug machen! Aua! Mann! Wer hat die erlaubt ne Pump mitzubringen? Das ist unfair. Jetzt muss ich da wieder reinlaufen zu den Kaufgefütten der Asiaten. Das ist nicht mal böse gemeint, das sind einfach Asiaten. Ne? Der Krieg! Rangieren, die sind die K��wilch! Gehen! Ich bin der K��wilch! Ich bin der K��wilch! Gehen! Wir sind der K��wilch! Alle tot, instant, geht der Alarm aus. Wo sind jetzt die Produktionsvorräte? Ja, ich vertan noch mehr. Das ist so, weil Regen im Ruhme halt auch, weil es da viel Stress gibt. Und ich eigentlich überhaupt kein Bock mehr haben. Wie viele unbehandelte Borderliner. Du smart. Ja, da ist doch ein Flex dabei. Die Lede ist ja schon offen. Seventiger. Wir haben einfach ein Container voll Zement. Ich bin in die Produktionsvorräte. Ich läuft das ganze Lager und sehe nirgends sowas. Das muss für euch jetzt angezeigt werden, wenn die irgendwo sind. Ich habe sie gefunden. Natürlich. Ich habe die Produktionsvorräte gefunden. Jetzt waren schon wieder zwei Mythen Asiaten. Ey, das ist aber einfach die Missionen für den Gabelstapler Pfarrer Klaus hier. Weil schon wieder muss ich eine Palette mit dem Gabelstapler aufladen. Ne? Ich nicht. Aber vorher wollte ich die bieten Asiaten ausschalten. Und der Alarm ist schon wieder angegangen. Oh nein. Wie ist der Mann? Ich bin... was los ich muss gerade schon wieder mit dem gabelstapler sachen aufladen und gerade im moment wo ich die produktionsvorreter entdeckte und mit dem gabelstapler einsteigen wollte kamen schon wieder zwei bibliasiaten das ist witzig dass die genau immer in dem moment kommen wo ich so als wäre das geplant ist genau in dem moment wo du das erreicht ich hoffe dass du nur eine sohn ding holen nur drei so eine dinge nicht jedes mal so eine mission nicht jedes mal was mit dem gabelstapler machen muss das zieht sich ja es hat nervig das ist ganz witzig aber es zieht sich halt weil der gabelstapler ist echt scheiße steuern ist das ein unrealistischer gabelstapler der der hat einfach keine hebel sondern der hat einfach beide hände am lenkbar jetzt kein richtiger ich gehe in der zeit kurz zu essen ja ich muss das eine palette aufnahmen ja wenn du fertig bist lädst mir einfach einen Das war's. Das war's. Das passiert nicht, weil ich nicht richtig habe, weil ich nicht richtig habe. Ich schieb rein da die Scheiße. Oh, meine Güte ey. Ich habe da auch eine Tür oder was? Klappe. Digga, verpest euch. Das sind meine Scheiß-Ore. Das war's. Das war's. Das war's. Ja, brech sie einfach ab. Das war's. Das war's. Das war's. Oh, mein Gott! Das war's. 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 Das ist ein Verzimmer. Das war's. Wunderfucker! Danke, Diego! Wunderfucker! Hey, man! Buddy! Hey! I'm on 285 last weekend! Okay, I'm on 285. I'm on 285. I'm on 295. Are you kidding me? I'm on 286. Ah, yes! No, no! Let's go. Let's go. Oh, ist das noch mein Wettbewerb? Hey, darling, I haven't seen you in forever. Hey, dude, we're going down. Hey, dude, we're going down. Hey, dude.